Wir haben einen neuen Zuchtstier bei den Auerochsen oder Heckrindern korrekterweise bekommen heute. Den haben die Kollegen aus Münster abgeholt, von den Münsteraner Rieselfeldern, der biologischen Station da. Dort sind die im Naturschutz tätig und pflegen die Rieselfelder. Und jetzt kann er halt bei uns im Neandertal im Naturschutz tätig sein.